Und jetzt kommt natürlich auch heute wieder im Musikparanies etwas für unsere Blasmusikfreunde. Auch die sollen heute wieder voll auf ihre Kosten kommen. Wir haben die Original-Hagerfelder Dorfmusikanten zu Gast heute mit der Hagerfelder Polka. Viel Vergnügen! Musik Musik Wir Dorfmusikanten spielen voller Schwung die Hagerfelder Polka. Für hart und jung, ja, das ist die Polka aus dem schönen Odenwein. Wir Musikanten spielen sie für euch, wir läuten unsere Polka bringt immer wieder Freude. Musik Musik Ja, das ist ein Wiener Volker aus dem schönen Lüdenwald. Wir Musikanten spielen sie für euch, wir leugnen unsere Volker, wenn wir da wieder voll. Die Hagerfelder Dorfmusikanten, neben jetzt der Walter. Und man muss dazu sagen, dieser Titel wurde geschrieben von eurem Dirigenten, gell? Ja, Harald Donner hat dieses Stück für uns komponiert und arrangiert. Es ist der erste Titel, den wir in eigenen Titeln hatten. Also ihr habt jetzt auch was eigenes, nicht nur die nachgespielten Titel. Und ihr kommt, Hagerfeld, aus der Nähe von? Aus der Nähe von Heidelberg, Neckargemünd. Und davon gibt es ein Ortsteil und das ist Mückenloch. Und da gibt es ein Gebiet und das ist das Hagerfeld. Und ihr seid auch ein bisschen gestresst. Letztes Jahr gab es ein großes Jubiläum bei euch? Ja, richtig. Wir hatten letztes Jahr unser zehnjähriges Jubiläum. Und im November haben wir dies mit einem richtigen Konzert, einem großen Konzert gefeiert. Okay, wir drücken euch die Daumen für die nächsten zehn. Einen ganz, ganz herzlichen Applaus nochmal für die Hagerfelder Dorfmusikanten. Dankeschön. Applaus 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 Applaus